Die Pferden haben bereits die Startposition bezogen. Das geht sehr, sehr zügig. Alles natürlich erfahrene Pferde, die hier am Ablauf sind. Dann warten wir nur noch auf eine Stute Kenway aus dem Quartier von Andreas Wöhler mit Eddie Pedrosa im Sattel. Kenway kommt heran als letztes Pferd für die 38. Badener Meile. Alles ist startklar für dieses Gruppe 2. Rennen über 1600 Meter und die Türen haben sich in diesem Moment geöffnet. Wildpark an der Innenseite wie gewohnt gut auf die Beine gekommen. Auch Royal Solitaire, McQueen und an der Außenseite Rose Bay um Positionsverbesserung bemüht. Der Favorit hat aber das Kommando. Wildpark führt vor Royal Solitaire in zweiter Position. Außen begleitet von Rose Bay. Das Tempo ist gut. Was Philipp Minarik anschlägt, dahinter sehen wir dann McQueen als drittes Pferd. An der Außenseite galoppiert Molly Leclou. Dann sehen wir an der Innenseite Drummer. Der wird begleitet außen von Rose Bay und Nimeria. Zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es durch den Raststatterbogen hindurch. Wildpark führt mit gut zweieinhalb Längen vor Royal Solitaire. Molly Leclou ist drittes Pferd. Rose Bay in vierter Position vor McQueen. Dann Felicia Drummer. Dann sehen wir Nimeria und Kenway am Ende des Feldes. So geht es den langen Einlauf hinunter. Gute 700 Meter sind das noch in der 38. Badener Meile. Und Wildpark marschiert vor Royal Solitaire. Rose Bay an der Innenseite Drummer. An spürbar Boden gut gemacht. Molly Leclou lässt sich anfassen. McQueen. Dann Felicia und Kenway und Nimeria am Ende. Es geht in die Zielgerade hinein. 400 Meter sind das noch. Wildpark wird attackiert von Royal Solitaire. An der Innenseite Rose Bay. McQueen. Felicia und Kenway. Drummer ganz an der Innenseite. Wildpark muss sich strecken. Royal Solitaire an der Außenseite greift. An innen ist es Rose Bay. Dann kommt Nimeria. Jetzt hier durchs Feld geschnitten. Außen Felicia mit McQueen. Royal Solitaire geht nach vorne. Rose Bay an der Innenseite. Nimeria. Felicia und Royal Solitaire. Mann ist die gesteigert. Royal Solitaire gewinnt. Royal Solitaire gegen vielleicht Nimeria. Dann Rose Bay. Dann Felicia und McQueen. Drummer. Dann Wildpark, Kenway und Molly Leclou. Ich bin zehn, oder? Ich bin zehn, oder? Ich bin zehn. Beruflich. Ja, das ist zehn. Ja, von meiner Perspektive war der vorne, aber ich sehe auch zehn. Ich bin zehn, oder? Ich bin zehn, oder? Ich bin zehn, oder? Ich bin zehn. Ich bin zehn. Das dauert noch einen kleinen Augenblick Mit dem vorläufigen Richterspruch auf den Plätzen 2 und 3 Da brauchen wir die Vergrößerung der Zielfotografie Das heißt, den vorläufigen Einlauf, den reichen wir gleich nach Die Siegerin, die können wir aber schon feiern Denn die kommt hier als erste zurück auf Zielhöhe Ja, wir haben es gesagt Diese Stute, die ist ja riesig, sensationell gesteigert 38. Badener Meile Der Sieg geht an das Quartier von Peter Schürgen Er ist der Trainer der vierjährigen Shamadal-Tochter Royal Solitaire Diese steht im Besitz des Gestüt Ammerland Ja, und der Sieg-Jockey, das war ein Meisterritt Von unserem Freund aus Italien, von Daniele Borku Ja, es war der dritte Sieg in Serie von Royal Solitaire Zuletzt in Hoppegarten Ja, es war der dritte Sieg-Jockey, die sind im Besitz des Gestüt Ammerland